Ja Leute, vierter Auftrag und zwar durch Suchetrohnen mit der Falkendrohne im Verlauf eines Matches. Fünf Stück. So Leute, der erste Schritt. Wir landen auf jeden Fall hier bei Zitadell. Ihr könnt auch überall eine Falkendrohne finden, aber bei Zitadell ist es am häufigsten, denn hier sind sehr viele altgebundene Drohnen. Ja Leute, ich habe gerade eine altgebundene Drohne geöffnet und hier kam die Falkendrohne. Und ja, jetzt müssen wir einfach nach Drohnen suchen. Also Leute, ihr fliegt einfach die Drohne und lässt es hier einmal durchsuchen. Dann habt ihr auch dann schon eins von zehn Leute und dann habt ihr den Auftrag auch abgeschlossen.